Abstellen. Einen Schritt noch vor. Irgendwelche Flüssigkeiten. Blut, Harn. Nur wenn sie explodieren. Aufmachen. Verzeihung? Jetzt nicht. Bitte warten Sie. Was suchen Sie denn genau? Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Rausnehmen. Was ist da drinnen? Vorlesen. Farbstoff, Zyklamamid, Nitro, Schneider... Nitro? Entschuldigung, ich... Sind Sie lebensmüde? Gehen Sie in Deckung. Abstellen. Verzeihung. Was? Ich müsste mein Flugzeug erreichen. Brauchen Sie mich noch? Nein, gehen Sie durch. Wiederschauen. Wiedersehen. Guten Flug. Danke. So, und jetzt zu Ihnen, mein Todesengel. Ich habe eine Spitzenidee. Welche? Wenn wir beide die Vaterschaft anerkennen, kann eigentlich nichts passieren. Genial. Herr Gruber? Ja. Erkennen Sie die Vaterschaft an? Ja, Frau Richterin. Sehr schön. Dann ist die Verhandlung geschlossen. Danke, Herr Mayerhofer. Sie können gehen. Servus. 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 Servus.